Also diese Situation, dass wir kommen in eine Krise rein und wir kommunizieren daran und wir mit meinen Ideen umgegangen in der Krise, also jetzt aus Mitarbeitersicht heraus, da kann ich nur sagen, die Gefahr ist groß, wir werden wieder mal in eine solche Situation kommen. Also ich wollte sagen, wir werden uns in dieser Gasse wiedersehen so ungefähr. Und die Erfahrung aus unserer ersten Begegnung wird vermutlich die Handlungen und Tätigkeiten beim zweiten Mal shapen, wollte ich jetzt sagen, also dazu führen und wie ich mich sozusagen dann gebe und quasi der alte Thema trifft sich immer zweimal im Leben, aber total wichtig, wenn du da jetzt über irgendwelche Sachen komplett drüber fährst und sagst, das ist alles Blödsinn, so wie du gemeint hast, dann wird es beim zweiten Mal, wird sich jeder denken, naja, schaust halt du, wie die Schleule ist in den Gassen. Und du kommst quasi aus dem, also nicht mehr raus und darum ist sozusagen diese Erfahrung, die man in diesem Prozess macht, also sowohl die, okay, das ist eine Krise, wie haben wir das gemeistert, aber auch die Erfahrung über den Umgang miteinander, das Vertrauen, das, was du alles erwähnt hast, das ist, also das ist essentiell, glaube ich.